Save the Date, 11.03.2022, wo? Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, wann? Um 15 Uhr. Eine Demonstration von Anwälten und Juristen für das Grundgesetz. Es bröckelt so langsam, Herr Harbert, auch Sie werden sich vor der Geschichte verantworten müssen. Der Tenor dieser Demonstration und diese Anmeldung lautet, treten Sie zurück, Herr Harbert. Ja, ihr lieben Menschen, so wie ich es gerade eben gesagt habe, am 11.03.2022 werden die Anwälte für Aufklärung nach Karlsruhe kommen und es wäre wunderbar, wenn ihr zahlreich erscheinen würdet, um die Anwälte zu unterstützen an diesem Tag. Bringt Trommeln mit, bringt Rasseln mit, bringt Trillerpfeifen mit, so dass wir richtig laut sein können und der Herr Harbert uns vielleicht hört und sogar vielleicht aus dem Fenster schaut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.